Wenn du zum Beispiel irgendwie Friedrich Merz ein bisschen hoch nimmst oder so und ihn vielleicht sogar auch unfair, Fragezeichen, behandelst, da muss ich sagen, das ist mir gänzlich egal. Ein Shitstorm von links fühlt sich wesentlich unangenehmer an und hat ein größeres Verletzungspotenzial, als das auf der anderen Seite ist. Wenn es aus dem, in Anführungsstrichen, eigenen Lager kommt, hast du das Gefühl, ey, ich bin doch einer von euch, wir sind doch für dieselbe, kämpfen doch für dieselbe Sache. Und mal hat ein Shitstorm eine größere Berechtigung, zum Beispiel, wenn ein Gag wirklich daneben geht, dann ist es auch richtig zu sagen, pass mal auf, der Gag war scheiße, eure Empörung oder, ja doch, eure Empörung hat einen Kern, den ich nachvollziehen kann, an dieser Stelle, sorry, war mein Fehler. Kriegst du ja eigentlich ständig die Empörung. Das ist richtig, das fühlt sich auch ganz anders an.